herzlich willkommen zum nächsten video schön dass ihr wieder eingeschaltet habt ja freunde der shop boom ist wieder eröffnet für euch ja wie was warum weshalb er so lange offline war erfahrt ihr in diesem video und zwar theoretisch hätte das ganze jetzt noch vier bis sechs weitere wochen gedauert bis der shop online geht wir uns aber gedacht alles klar sind noch nicht alle produkte am start aber trotzdem gehen jetzt online wir haben das jetzt erstmal so geregelt dass viele produkte für euch online sind beziehungsweise die kaufen könnt aber es ist noch nicht die komplette komplette produktpalette am start ihr werdet weiß ich nicht in den nächsten wochen werdet ihr immer wieder erfahren dass was neues da ist beziehungsweise werde ich noch ein video machen wenn alles da ist ja ich habe viele pfeifen aufgenommen viele tabak sorten viel zugehör schläuche kohle köpfe wie auch immer schaut euch durch freunde klickt euch durch lasst mir mit einem daumen nach oben oder nach unten ein feedback da wie ich der shop gefällt lasst die comments glühen ja was gibt es frisches ja also es gibt auf jeden fall eine neue software neues layout wir schon gesehen haben sicherlich pfeifen sind am start in natürlich wieder weiterhin mehr in die pfeifen kaya habe ich mit aufgenommen genie pfeifen genie skyline ist am start die big bang und alles sowas nagilem also nps ist mit am start viele tabak sorten seven days alvaja ultimate die ganzen sorten sind am start kohle schläuche köpfe kohle anzünder pipapo ist alles am start in reichlichen mengen von freunde da könnt ihr jetzt wieder shoppen ansonsten zahlungsmöglichkeiten haben sich verbessert und aktualisiert also vorkassen weiterhin nachnahme habe ich jetzt wieder mit aufgenommen sofort überweisung und paypal bei paypal achtung freunde alles was ihr kauft und über paypal bezahlen wird ja könnt ihr machen außer tabak wenn der tabak kauft dürft ihr das nicht über paypal kaufen beziehungsweise bezahlen weil paypal da steht in den agbs pfeifen und zigaretten und raucher waren blablabla darf darüber nicht bezahlt werden ansonsten ist ja alles verfügbar ab 75 euro ist versandkostenfrei ja das habe ich jetzt auch eingerichtet also egal was ihr bestellt ab 75 euro geht es ganze gratis an euch raus dann eine neuerung es gibt jetzt whatsapp support für den top von der ihr habt schon gesehen auf der homepage unten links ist eine nummer drinne das ist jetzt mein whatsapp geschäftshandy nennen wir es mal eher whatsapp und shop handy nicht geschäftshandy da gibt es nur whatsapp support für den shop also falls ihr mich dort adden wollt und ihr irgendwelche fragen habt so weiß ich nicht mir auch schon mit ihr helfen mal hier bei rauch und geschmack das läuft nicht oder sowas werde ich dort nicht antworten können ich werde das ganze dann gleich wieder löschen weil diese nummer habe ich wirklich nur eingerichtet falls weil sie nicht falls irgendwas ausverkauft ist falls eure bestellung nicht ankommt oder es probleme gibt oder sowas ja dafür ist diese nummer da da könnt ihr mich gerne kontaktieren falls irgendwie zahlungsmöglichkeiten oder falls irgendwas mit dem shop ist ja also wirklich nur für den shop die seite ist ja quasi schon länger online und die nummer ist dort auch schon länger drin ich habe jetzt auf diese nummer schon wieder fragen bekommen so so lappa liefern hey bist du es ja da antworte ich gar nicht drauf von ja also nehmt mir das bitte nicht übel falls ihr euch dort nicht schreibe das ist keine nummer wo ihr mit mir schicken könnt oder sowas ja dafür habe ich keine zeit das wirklich nur falls um den shop geht dass ich euch schnell antworten kann unter der woche ich werde das handy auch nur an machen zu den zu den seiten was heißt 12 bis 18 oder so ja da werde ich das handy einschalten bzw das internet anmachen dass ich da für euch im whatsapp verfügbar bin und dann werde ich euch dort antworten dadurch dass wir über 32.000 abonnenten schon sind habe ich ein bisschen angst dass das ganze explodiert wie gesagt ich habe schon sehr viele nachrichten auf diese nummer bekommen gruppeneinladung und alles so was ja wird von mir gar nicht darauf reagiert freunde ähm seht mir das bitte nach falls ihr euch da nicht irgendwie in der stunde antworten oder einem tag nicht gleich antworten ja ähm wie gesagt ich habe da ein bisschen angst dass ich internet anmache und dann dass da nachrichten kommen wie die hölle ja deswegen seht mir das ein bisschen nach falls ich euch da nicht gleich antworte ansonsten support läuft weiter über die e mail über facebook ähm über youtube da antworte ich überall ja was gibt es noch also whatsapp haben wir versandmöglichkeiten äh ne zahlungsmöglichkeiten versandfrei viele produkte in shops online ja ansonsten freunde klickt euch durch gebt mir ein feedback mit dem däumchen nach oben oder däumchen nach unten wie euch die homepage gefällt oder der shop gefällt ja ähm das würde mich definitiv interessieren ansonsten könnt ihr jetzt shoppen freunde ich möchte mich auch nochmal äh auf diesem wege bei euch allen bedanken die mich bisher in den letzten zwei jahren supportet haben die bei mir bestellt haben leute vielen dank an euch alle auch einige stammkunden ja wenn ich immer wieder sehe okay der hat schon wieder bestellt coole sache auch er bestellt schon wieder richtig geil freut mich definitiv dass ihr mich auf diesem wege auch supportet und ja dann würde ich sagen ich quatsch nicht länger weiter ich quatsch nicht länger ich quatsch nicht länger draußen fängt es glaube ich gerade an zu regnen kein problem also freunde www.shishashmidi.com ist wieder für euch eröffnet falls dann alles zu 100 prozent am start es kommt ein neues video köpfchen geht auf euch also bestellen freunde ich bin draußen haut rein tschau tschau feltet' michin bis bis Vielen Dank.